start gehen also wenn ihr wollt und das film ist auf der kamera mit die kamera mit hier ist eine stadt dahin durch mit 900 können wir ein trampeln freischalten weil kann man so sachen kaufen ist ja lustig oder jeder kann sachen bestehen taschenlampen wie so ein mcdonalds terminal okay muss das wirklich aktiv ja aber du hast nur so und so viel zeit na also du hast nicht war es nicht unbegrenzt batterie oder dings oder was auch immer keine ahnung abwärts auf geht's schließen knopf drücken ich habe gar kein stream hat man unendlich so kann man unendlich laufen da unten geht sauerstoff weg also das heißt wir müssen sachen aufnehmen bevor wir ersticken mhm da schlamp es abgegrenzt ja aufnehmen ich weiß nicht ob man was finden kann vielleicht ein fieses kann man finden vielleicht schon sehr gruselig sein knopf drück den knopf ich drücke ich drücke ah 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 hast du das gewusst ja ihr schweine das ist schon erstmal berühmt zu werden dj auch gestorben oder was dj auch gestorben oder was ja ja aber ihr hört es wie das tot da gehört wir wollen wir einmal zurück aufhören und schauen ob wir dafür warte da rennen so kleine viecher herum schau mal warte geh rauf geh rauf geh rauf schau mal da unten Mike unter der stück nach kommen wir nicht hoch käfer die gehen gar schild ah schnecken hörst du das eigentlich noch oder nicht naja es sind spooky ja ah die verfolgen geht na jetzt verfolgen sie ich hab den jetzt gerade angleichtet den anderen oder ja ja ich ich nicht ich nicht das ganze ich Ich hab voll die fette Taschenlampe gefunden und dann falle ich auf einmal um. Ja, ich hab keine mehr. So, also... Lessons learned, oder? Sind alle da? Wegen nicht fehlt einer, oder? Ja, hier, unser Filmmeister. Keine Ahnung, wo der ist. Ich weiß noch nicht mal, wo ich bin. Hallo? Hallo? Da! Hallo! Ah, Bart, wir hören dich irgendwo. Ich war im Haus drinnen. Ich glaube, das Gletschirr habe ich unten gelassen. Den hast du unten gelassen. Du musst am Bildschirm schauen. Du stehst da im Aufzug einen Distanzmeter. Und du hast sehen, dass sich die Distanz zu ihm dauernd bewegt. Also der war noch am Leben. Wollt ihr mal sehen, wie ihr gestorben seid? Ja, bitte. Warte, da fehlt noch einer. Wo ist er? Ja, kommt noch. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ich hab zwar eh gedruckt, aber die ladet er nicht hoch. Disc ein. Hast du eine Disc? Du musst das erst hier umwandeln. Schau her. Ah, ok. Der haut die Kamera dagegen. Wie tue das? Schmeiße das? Ja, einfach so da reinschmeißen. Wie schmeiße ich? Keine Ahnung. Mit Co vielleicht? Tatsächlich? Tatsächlich? Seidee. Jetzt bin ich gespürt. Ihr Schweine mit dem VAC jetzt noch. Wie ich gefragt hab. Und jetzt tue ich mir nicht nur geil. Gottes Wien. Auf geht's. Das ist wirklich das ganze Video. Löff. Schließen. Knopf drücken. So. Käfer. Die gehen gar schieb. Ah. Schnecken. In die kommen sie leg. Ja. Ja, das war alles okay. Ich hab meine Explosion gar nicht drauf. Schade. Schalt da mal. Du musst es anleichten. Schade. Alter, die schauen so weit weg aus. 3K Aufrufe brauchen wir. Was haben wir? Mhm. Bei mir geht's nicht weiter. Geht's bei euch weiter? Nein, das hört jetzt auf. Wer hat sich das alles aufgenommen, oder? Ja. Das war's. So viel hält der heißt. Wer bei einer. Oh je. Das ist lustig gemacht, muss ich sagen. Ja. Hahaha. Da müssen wir noch ein bisschen was machen, Leute. Die Explosion. Die ist noch nicht so weit gekommen. Warte, da kann man jetzt was machen. Sehr viel du testest doch, wenn man möchte. Ich drücke einmal. Wie dürft ihr jetzt so frisch sterben? Das ist einmal das erste. Ja, dann darf man auch keinen Knopf drücken. Ey, aber. Ihr Schweine. Wer hat da den Knopf gedrückt? Ich. Und die anderen haben das voll getrunken. Und die anderen haben das voll getrunken. Ja. Ich. Der hat geleuchtete Knopf. Wenn er leuchtet, muss man drücken. Und der merkt dann so, ich hab gewusst, dass das passiert. Ja. Aber nix sagen. Dann haben wir wegsprengen. Alles fürn Konto, in der. Und noch nicht mal aufgenommen. Wenn ihr Taschenlampen braucht's da hinten, kann man bestehen, gell? Ja komm, gib mir mal weiter. Er hat denn die Kamera? Ohne Kamera? Hast du die Kamera? Ja. Ja. Ohne Kamera brauchen wir da nicht rum. Ohne Kamera brauchen wir da nicht rum. Ist der Mike gestorben, oder was? Ich weiß nicht, wer die Kamera hat. Er hat sie ja eingeben mit dieser Box. Von da wieder zu erholen. Da hab ich grad geschaut, da ist sie aber nicht rum. Wo ist die Kamera? Muss der jetzt mal eine neue Kamera kaufen, oder was? Na, das wär aber hart, oder? Ja, wenn er... Ah ja, aber das kann schon sein. Dass man... Aber drei Tage... Ach so, dann nimmst du die Kamera mit, oder was? Nee, das kann ja auch nicht sein, oder? Go to bed, steht da. Wir können doch nicht starten. Ach so, wir müssen... Ah, vielleicht kommt dann die Kamera von selber wieder. Ja. Geht jetzt eine eigene Farbe? Ja, rosa nimm ich nicht. Ja, du gehst in mein Bett, okay. Von mir aus. Schlag ihn in deine. Traust. Boah, da stinkts. Er hat gefurzt. Mike, du mal Bettwäsche wechseln, ja? Na. Ich nehm immer frisches Bett. Ah, da liegt die Kamera, sehr gut. Gibt's auch neue Taschenlampen? Nee, sie sind weg. Na gut. Ich hab meine noch. Ja. Du kannst das jetzt bestehen, jetzt geht das bestehen Ding. Nein, ist nicht so schlimm, so dunkelbasisch. Ich drück. Drei, zwei, eins, ansteigen. Zug fährt ab. Ja, jetzt drückt man, wie stellt sich ein Big Mac oder den zum Schein? So ein Druckfall kriegen. Ja, da kommt die Drohne angeflogen. Emerson. Mein Bub? Der holt sich was zum Lesen. Ich will das mal ausprobieren. Das ist ja gegen die Beschwerungsformeln für Dämonen bestellt, oder? Na. Ich hab eine Mode bestellt, ist wichtig. Du kannst jetzt ein Sampelmännchen machen. Du wer weiß, vielleicht bringt uns das bei mir hier was. Ja, das kann schon sein. Okay, okay, okay. Ich muss ja keine Knöpfe drücken, ja. Kein zu gut. Da hinten ist so ein Schneck- Schneckmann. Ja, da kommt ein Schnecki. Ist aber gruselig. Jetzt anleuchtet. Die Lampe, abdreh die Lampe ab. Wieso abdrehen? Naja, wenn du ihm anleuchtet, ist verfolgt. Ja, aber wir brauchen Content. Ja, aber... Du musst dich umarmen lassen. Du musst dich umarmen lassen. Der rennt doch ohne Lampe, ist da eh auf. Hilfe! 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 Was soll man machen jetzt? Oh Gott! Hast du ihn verloren? Der saugt die hinten zu, würde er was machen. Ja, der umarmt kräftig. Irgendwas hat mich! Bitte! Leichter Zeron! Irgendwas hat mich! Achtung Schneck, mein Gott! Ich weiß nicht was! Oh nein, Kameramann. Ich komme von den Schlöp... Okay, das geht leicht. Ich krieg dich nicht... Wir kriegen dich da nicht runter. Wir müssen irgendwas werfen, aber wir haben... Ich glaube, er ist schon tot. Ich lebe noch, Leute! Ich lebe noch! Achso, ich bin auch an der Decke jetzt. Ah, ja? Ja, das sind so zwei... Wir haben nichts zum Werfen. Wir brauchen was... Ah, das ist Schnecken, Mann! Man schmeißt halt ne Daschenlampe! Ich hab ja keine. Ja! Warte! Gebritzt! Oh nein, wie schmeißt man? Wo ist der Schneckentyp? Oh Gott! Wie schmeißt man? Schneckentyp darf da unten nur noch... Komm, wir haben nichts durchschleißen! Oh mein Gott! Hab ich dich, Rucker? Nein! Das ist riesig! Ja, ich bin immer vorne! Da ist noch so ein Vieh! Oh mein Gott! Komm, wir gehen! Das ist so ein Schreiding! Um Gottes Willen! Komm jetzt! Der kommt nicht! Ja, aber wir brauchen irgendwas, dass wir die zwei da von oben rum erkriegen! Ne, die sind hin! Keine Ahnung! Ja! Komm rein! Die sind hin! Der kommt nicht! Warum kommt der nicht? Komm jetzt! Die zwei sind hin! Ja, ich wollte noch mal den kleinen Stinker für mit! Ja, ich wollte noch mal den kleinen Stinker für mit! Ja, man muss was werfen! Das Ding ist, ich weiß, ich hab versucht das zu werfen, aber ich bin nicht hochgekommen mit dem werfen! Ich weiß nicht, wie man das mit Kokos nur vollen lassen! Anscheinend! Das heißt, ich muss wissen, wie man wirft! Wir müssen das ausprobieren, wie man wirft! Wir haben einfach... Ja, bei Renten daran lasst sich ansauen! Ja, du auch anscheinend! Ja! Man muss auf die Töcke mal schauen! So, schauen wir unser Video an! Wie hier kommt! Kommt ihr? Ne, ich hab mein Gesicht verändert! Ich bin jetzt blau! Ja! Umso öfter du stirbst! Kann schon sein! Los geht's! Okay, okay, okay! Ich mach keine Knöpfe drücken! Sieh damit! Du musst zum Abdrehen! Wenn die Lampe abdrehen hat! Musst du auch abdrehen! Naja, wenn du ihm Anleuchtet verfolgt hätt! Ja, aber wir brauchen Content! Ja, aber... Du musst dich umarmen lassen! Der rennt doch ohne Lampe hinterher! Das will... Hör! 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 Was soll man machen? Gäh? Der saugt irgendwie! Boah, nerder drückt! Ich hab das noch wie strach! Der drückt sich kaputt! Unwarmd dich direkt! Hör! 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 Irgendwas hat mich! Ich weiss nicht was. Ich krieg dich nicht, wir kriegen dich dann nicht runter, wir müssen irgendwas werfen. Ich glaube, er ist schon doof. Nein, ich leb noch, Leute, ich leb noch. Das kleine Viech geht aber doch nicht aus, komischerweise. Ja, aber wir brauchen nicht, dass wir die zwei da von oben abkriegen. Ne, die sind hin. Ich bin so nett, so ich... Ja, wir kriegen die auch. Geh mal nochmal zu dem Clan Stinker rein, guck mal. Ich hab dich da einfach ausbluten lassen oben. Das ist so Hostel-mäßig. Ne kurze Frage, bin ich wirklich im Spiel so übersteuern laut? Ja, ja voll. Aber in Discord sonst auch, oder nicht? Nein, ich nicht. Da muss ich das irgendwie leiser drehen, weil das ist ja furchtbar. Aber ich weiss nicht wie. Keine Ahnung wie. Das weiß ich auch nicht. Mein Gesicht ist jetzt auch anders, oder was? Was brauchen wir jetzt? 2-2. Hm. So, toll. Ein bisschen noch. Ich hab vergessen schon wieder das Ding anzumachen. Wir müssen wissen, wie man wirft. Wenn ihr nochmal da getangelt seid. Ja, ich glaub irgendwas mit Kuh, ich steh dir dabei. Na, aber Kuh ist fallen lassen. Ich hab das nicht nach oben gebracht. Ja, da gibt's einen zweiten Knopf. Schau mal. Wir müssen alle noch schlafen gehen, ja? Nö, bei mir ist... Nach zwei Tage übrig. Ahnung, falsch. Okay, ich geh nicht mal rein. Ich krieg im Bett und esse. Du wachst irgendwann auf. Du musst dann nochmal drücken. Jetzt an. Jetzt hat's funktioniert. Der letzte Tag. Jetzt müssen wir auf drei Tagen kommen, oder? Hm. Nein, da stirbt noch mal. Das filmen wir, dann haben wir's. Das stimmt. Ich ja nicht. Äpfel. Der klingt ja gar nicht deppert. Gadgets, Boom, Mike, Rescue, lauter so Sachen. Ein Schwimmbecken. Hold Q zum Werfen versorgen. Mit Q drucken. Hold. Aha. Ich kauf mal so'n Klepper, werden wir sicher brauchen. Ich hab mal neins bestellt. Na, zuerst einmal bist du ne tolle Lampe. So Scheiße. Die du jetzt schon hier verbrauchst. Haha. Die kann man nicht abdrehen. Nein, der Schütze. Schnell rein. Oh Mann. Und ich hab was. Wenn du filmst, dann starten wir jetzt dann, wenn wir mit dem. Und dann dieses Klappending. Das bringt sich auch irgendwie die Punkte. Das war jetzt jetzt essentiell natürlich. Das braucht man schon. Na gut dann. Raus dann. Na gut dann. Mach deine Klappe. Deinem Leuchtstab. Und. Action. Willkommen. Hier in unserem schönen Raum. So. Moment. Da hast du mir Licht gestohlen. Ja, dann geh mal rein mit dem Licht. Das sind wir jetzt. Meikenst du das eh auch? Ja, natürlich. Wir sind jetzt hier unten im Keller und suchen die Geister. Ja. Ja. Ja, da ist keiner mehr. Hier ist nix. Oh, ich hab eine Wirbelsäule gefunden. Oh. Eine Wirbelsäule. Meine ist defekt. Können wir die? Film, 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 film die Wirbelsäule. Wo ist der Filmer? Genau. Da schau die Wirbelsäule an. Okay. Gehen wir mal weiter bis sowas. Gehen wir mal rauf. Unten waren wir schon. Oder. Unten sind ein ganzes Nädel saufgekommen. Na, gehen wir rauf. Ja, da ist so ein Haus oder sowas. Na, dann schauen wir. Ne, Quatsch. Das ist unsere Kapsel, oder? Sag, wenn du wieder gehst. Ich fühl mich so. Ja, wieder zurück, oder? Fühlt sich da unser CO2 wieder? Nö. Achso, jetzt sagen wir. Gehen wir zurück. Ja. Gehen wir runter, oder? Frag mich, was das ist da? Hier ist eine... Die Batterie ist voll, aber ich kann es nicht mehr starten. Dann ist der Film voll, oder was? Okay. Aha, dann darfst du wirklich nicht ständig filmen, okay? Nein, eh nicht. Hab ich doch gehört. Ich hab jetzt relativ lang gefilmt, aber ich hab da keine Anzeige, wann voll ist. Scheiße. Ah, ah, mein Gott! Nein! Ah! Was schreibst du? Da steht doch was! Ja, da steht einer in der Tür! Ja, meh! Ah! 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 Ich weiß nicht. Musik mal. Ah! Was! Da ist auf einmal eine Klappe offen. Tis, das ist ja! Tis, so das ist ja gut aus. Die ganze betrifft die Mascher, wir haben sich vor nào, dein Bild! Ah! Ah! Auch dort ist ein Bild, denn Ah! Es eins gesagt, wir ach! Aber es geht insgesamt, Jas. V sollen sich Tis, Liebheit an die Welt aussecker? Der Weint kommt zurück, das Fisch hat immer an, so Ratzefackz, wie so eine, wie heißen die Dinger, was wir im Haus haben, die Aliens? Die Aliens im Haus, die Gottesanbeterinnen, ja, wenn wir so Gottesanbeter im Haus herumsitzen. Boah, das war wirklich gruselig. Dann sitzt die so auf der Stufe und beobachtet dich, und geht so vor den Kopf. Das haben wir wieder nicht aufgenommen, ne? Ja, so, ich muss die gar nicht aufgenommen. Das wäre natürlich... Meg, wir kommen zurück. Das ist eher überhaupt, ich liess es wieder so finster, schaut die Tosche-Lampen rein. Einfach cool. Mach die Tosche-Lampen rein, die Popilien wird klar, und dann wird's auch grob. Ja, das war urgeil. Ja, lustig war einfach so der Party-Popper macht gar nichts, und irgendjemand denkt sich dann so wie du. Na, vielleicht geht er das nicht. Und ich hab was, wenn du filmst, dann starten wir jetzt dann, wenn wir mit dem... Willkommen hier in uns im Schildpaum. So, Moment. Der ist doch mit dem Licht gestohlen, ja, dann geh voran mit dem Licht. Mike, nimmst du das eh auf? Ja, natürlich. Also nur gezielt aufnehmen, ne? Ich schaue aus und weise auf die Decke. Oh, ich hab eine Wirbelsäule gefunden. Oh. Eine Wirbelsäule. Ja. Meine ist defekt. Film, 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 film die Wirbelsäule. Boah, da ist der Film. Da schaue ich euch bis heute an. Wenn der Film voll ist. Es ist voll schräg. Jetzt sind ganze Snails aufgekommen. Und dann gehen wir auf. Ich war nicht auf der Map, ne? Ja, da ist so ein Haus oder so was. Na, dann schauen wir. Ne, quatsch. Das ist unsere Kapsel. Scheiße. Ich hab' ich nicht wieder filmst. Ich fülle, wir füllen. Wir haben keine Gegner filmen, die Views gehen. Ja, voll. Ach so, das haben wir. Ich bin wieder zurück. Hoi. Das war auch nix, ihr kleinen Gegner. Ich hab' den 3 Grad nicht erreicht. Ja, urbeinlich. Gut, dann gehen wir in Spät und sterben wir vielleicht. Weiß er nicht. Na gut, jetzt wissen wir, wie es geht. Man sollte nicht durchgehend filmen, aber es ist schwer zu sagen. Wir filmen, wir filmen drauf. Das ist gar nicht möglich zu sagen. Weil du nichts siehst. Ja, aber man muss halt uns das einmal wieder löschen. Ich glaub, wir können ja nicht schlafen. Irgendwer fällt noch. Hä? Wir waren doch gerade, oder nicht? Lass es immer noch lassen. Lass es immer noch lassen. Innen, ding bleiben, bis der Geräusch kommt. Ding dong. Du bist als Content Creator nicht berühmt geworden. Deine Videos haben mir gefallen. Der Rest seines Lebens war nicht gewissig. Der Rest auf ihr Leid, was ein Miet. Doch dann hast du gemerkt, dass alles nur ein Traum war. Und jetzt geh raus in die Welt und werde berühmt. Okay. Das ist super Neues. Okay, gut. Also, sei es besser zu machen. Jetzt gibt's übrigens eine frische, schöne Taschenlampe. Wir haben ja die Mösen geblieben. Los, 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 los. Dann fehlt einer. Zu. Hallo. Wer drückt? Warum drückt keiner? Was? Jetzt drückt. Gott, hier bobbelt auch. Sprich, sprichst du so mit mir? Hallo? Wenn du da bist. Miss Frechheit. Miss Frechheit. Wir sehen euch. Nein, ich seh nix. Ich hab schon Angst, ey. Könnte... Ne, ich hör irgendwas knurren. Ne, ich glaub nicht. Was? Warte das nicht. Ha! Mann! Ist das dein Ernst? Ja, halt schau doch mal diese Fresse an. Du kannst dich da fürchten, schau. Du kannst nicht da fürchten, schau. Du kannst nicht da mal ein Taschenlampe halten. Nix. Stimmt. Ja, ich bin zu komisch, wenn man wechselt. Nö, gar das Ding automatisch was fallen. Ich check nicht warum. Naja. Du checkst nicht. Nimm das auf. Das ist doch schön hier. Mach davon einen Shot. Ey. Da schaut gut aus. Findet denn irgendjemand auch wieder zurück? Oder... Naja. Hauptsache bleiben wir irgendwie zahm halbwegs. Ich hab euren Brustgartenpfunde. Hier. Er hat seine Brust verloren. Cool. Mhm. Das können wir ja beamen einmal, unsere Funde. Da ist der andere Knochen. Ist da ein drücker Knochen? So, guck mal ich auf ihn. Oh, um Gottes willen, um Gottes willen. Ich geh, ich geh, ich geh, ich geh. Wo ist denn das ist nix? Wo ist denn das ist nix? Ja, mein Schuss, der Sender man. Ah! Oh! Ah! Ah! Astrasch, der großen Blisen wird! Er ist weg. Wo ist er? Der hat die Kamera! Na, klebst du doch noch? Na. Schmeckt nicht mehr am Leben. Nein, aber dahinten ist das Würmchen. Das rennt da hin und her, scheißig. Ja, ich weiß. Aber ein guter Film ist das. Der hat wilden... Da kommt er, er kommt! Nein, der hängt ja. Da kommt er jetzt. Das ist ein Mixer. Schau mal, wie wir ihn sind. Leute. Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Der hier. Ah! Nein, ich bin in den Kopf. Die Schenke. Wo geht denn nicht? Wirklich. Wirklich. Ist er noch irgendwo? Wirklich. Macht ja richtig Spaß, das Spiel. Wirklich. Ich bin in den Kopf, das Blatt. Das Blatt. Wirklich. 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 Oh, groß. Hallo? Hallo? Schlechte Idee, Alain umeinander trennen. Ja, ich bin irgendwann irgendwo gewesen. Wollt ihr zu euch? Ich hab die ganze Zeit gebläht, wo wer ist. Ja, ich bin einfach im Mixer gekommen. Ja, ich hab deine Leiche nicht gefunden. Ich hab die Kamera nicht gefunden. Ja, ich hab dir gefallen von der Brücke, oder was? Ich hab keine Ahnung. Ich hab nur die ganze Welt um mich dran gesehen, weil ich im Mixer war. Nein, du warst nicht im Mixer. Du warst in dieser Amöbel drin. Ah, okay. Also, ich hab die Leiche vom Meich gesucht, nicht gefunden und mich dann komplett verirrt. Ich war irgendwo. Okay. Ja, ich hab die Leiche gefunden. Also, ich hab die Fische schreien gehört. Dann bin ich dorthin. Da hab ich die Leiche gesucht zum Beispiel. Und weil ich nix gefunden hab, weiß ich nicht, wenn ich zurückkomme. Das Problem ist, wir haben jetzt die Kamera gar nicht gefunden. Also, wir haben jetzt einmal nix kriegen. Ja, und bei unserem Arsch ist schon eine Schnecke herum. Die liegt aber noch unten dann, die Kamera. Also, wir können die am nächsten Tag noch finden. Rein theoretisch. Husten wir euch vielleicht? Ich glaub, bin ich gespannt. Wie man seht schon, wo uns rum kommt oder vielleicht? Wir können hier nicht halt das. Wir können hier nicht halt aber! Ja, der Mikro ist gerade wieder eingegangen. Was ist das? Vielen Dank.